Was ist das? Ja, ein Eiswagen. Das ist dein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Doch. Das stimmt. Der Wagen... Da siehst du auf das Bild. Spielte laute, schrille Musik. Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Hm, ehrlich. Mann, das war eine seltsame Zeit. Hm, ist doch. Können sie sich nicht vorstellen. Ah, die Hunde da. Das ist mir ja unsympathisch. Entweder haben die Angst oder aber die warnen jetzt jemanden. Eins von beidem. Oh. Okay. Oh. Oh, nice, nice, nice. Nice, 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 nice. Ja. Essen geht immer. Sag ich nicht nein. Okay. Oh, das geht aber auch immer. Ach, stimmt. Pillen. Muss ich mal gucken. Ah, 75 erst. Okay. Ah. Heiltempo. Lauschmodus-Distanz. Oh, das ist auch wichtig. Aber actually, soll ich vielleicht auch einfach mal die Gesundheit erhöhen. Haha. Actually, sollte ich auch einfach endlich mal die Gesundheit erhöhen. Äh. Jetzt ignoriere ich die ganze Zeit gekonnt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist. Cocktails. Ja, moin. Hm, was liegt da rum? Schlamm. Okay, den wollen wir nicht mitnehmen. Und es geht weiter mit Waffenteilen. Wunderbar. Ein Rasenmäher. Da ist noch Benzin drin. Vielleicht können wir das nutzen zum Grillen. Gibt es Benzingrills? Keine Ahnung. Waren wir da schon drin? Ja. Nein. Waren wir nicht. Alter, hier gibt es viel zu finden. Find ich geil. Find ich gut. Die haben alle so dicke Röhrenfernseher hier stehen, ne? Das heißt, die Apokalypse ging wohl los, bevor die Flachbildschirme erfunden wurden. Scheiße gelaufen für euch. Ach du Scheiße, das ist der winzig, ey. Vaters Notiz. Kara, du bist der Mann im Haus. Kara, du bist der Mann im Haus, okay. Solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf, er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Soll ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemandem außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setz deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald. Bis bald. Ob die sich wieder gesehen haben. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ja. Hm. Aber warum geht der ohne... Oh. Okay, ich helfe dir gerne da hoch, ja. Was ist denn da? Das Secret war mir gar nicht bewusst. Und was gefunden? Oh, bitte. Ach, noch ein Comic oder was? Ah ne, ne Aufrüstung. Na, Kampfwaffe vergessen. Ich fand sie nur zwei Treffer länger. Oh. Jo. Das ist ja mega. Das heißt, ich kann jetzt viermal One-Shotten mit dem Ding? Ne, dreimal. Hä? Hat das doch nicht zwei Treffer länger? Ich hatte doch vorher schon zwei. Dann müsste ich jetzt vier haben. Ich fühle mich betrogen. Egal, drei ist trotzdem cool. Drei ist trotzdem cool. Aber ich fühle mich verarscht. Definitiv. Ich fühle mich verarscht. Vielleicht hab ich doch einfach falsch gelesen. Kann ich da runterspringen? Nein? Kann ich jetzt erst mit außen rumlaufen? Ach, Brudi. Ich bin schon akrobatischer, könntest du schon sein, oder? Kannst du nicht? Na dann, nicht? Machen wir jetzt hier schon? Ah ja, klar. Hier war ich schon. Okay. Ja, das hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Das Lustige ist ja, sie wird nie irgendeinen Filmtitelsong oder sowas summen können, weil sie sie ja nicht kennt, ne? Ich hab jetzt gerade darüber nachgedacht, das wäre lustig, wenn sie jetzt irgendwie plötzlich anfangen würde, das Star Wars Title Theme zu singen oder so. Das Main Theme, ne? Aber kann sie ja gar nicht. Sie kennt das ja gar nicht. Voll krass. Und auch über welche Videospiele oder sowas. Ich hab's ja da und die über ihr. Echt krass. Aber ist eine schöne Gegend hier eigentlich zum Boden, ne? Ist eine schöne Gegend. Oh. Hm. Weg runter. Scheiß Scharfschütze. Die Wichser, Alter. Was ist denn im Haus? Bleibt alle hier. Nein. Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum. Und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey. Vorsichtig. So ist der Plan. Aber sag mal, kann ich den nicht einfach selber snipen? Habe ich ganz kurz. Danke. Ich wollte kurz die Leben wieder haben. Ich kann den nicht snipen. Ich hab's verstanden. Ist okay. Aber ich möchte gerne da hoch. So. Weil hier dürfte der mich nämlich nicht so einfach immer, wie sie hier haben. Ja, der schießt nämlich schön weit auf die da unten. Weil er mich nicht gesehen hat. Und? Wo wolltet ihr nochmal hin? Was ist das für ein Idiot, Alter? Ich meine, was denkt er sich denn jetzt? Was wir die ganze Zeit erwarten? Ich kann euch immer noch sehen. Ja, und du kannst auch deine Munition gerne leer schießen. Ist gar kein Problem für mich. Mach das ruhig. Was ist denn Spaß, Alter? Ich kann euch immer noch sehen. Ich meine, wie viel Munition hat der da rumliegen, bitte? Dass der jetzt einfach Dauerfeuer macht. 300 Kugeln oder was? Also mir wäre das ja zu blöd. Oh. Oh. Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier noch... Wow. Okay. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da noch andere Jungs sind. Das war ziemlich dumm von mir. Okay. Gebe ich zu. Aber das hat mich überrascht gerade. Wow. Der hat mich richtig überrascht. Okay. Autsch. Kann ich den von hier aus vielleicht snipen? Da steht nur eine Waffe. Da ist gar kein Typ. Ich sehe jedenfalls keinen. Wahrscheinlich ging die Entwickler nicht davon aus, dass man probiert, ihn zu snipen. Ja, gut. Ich meine. Ich habe eine Sniper, also warum soll ich sie nicht nutzen, ne? Der kann ich schon lange und zwar besser. Okay, war doch irgendwo Heilung, oder? Ja, perfekt. Dankeschön. Ich würde sagen, wir gehen weiter hinten rum. So, ich schaue jetzt aber noch... Wie haben die mich jetzt schon gesehen? Ja, ist ganz schön scheiße für euch. Das stimmt. Selber. Scheiße. Der Scharfschütz hat mich gesehen. Idiot. Jetzt du dich angeschlichen, hätte ich dich echt schnell nicht bemerkt. Gebe ich ganz ehrlich zu. Hab ich die anderen echt alle getroffen mit dem Molotov? Stark. Oh. Viel Spaß, Alter. Der denkt, der kann sich da von hinten anschleichen, der Wichser. Das hättest du wohl gerne. Ja, mit der Pistole ist das zu weit weg, leider. Das treffe ich nicht. Ich dachte jetzt, ich nehme mal die wieder, weil ich dafür so viel Munition habe. Aber hey. Ja, der war ziemlich weit weg. Das war schwer zu zielen tatsächlich, weil der vor allem auch so dunkel war. Was in einem so sehr dunklen Bereich war. Das war nicht so gut. Den konnte ich nur schwer treffen. Aber gut. Ja, ich glaube echt, mich hat der Sniper gesehen. Und den anderen dann gesagt, wo ich bin. Schlecht. Jetzt bräuchte ich eigentlich wieder ein bisschen Heilung. Ich denke mal, in irgendeinem Haus werde ich auch noch ein bisschen Heilung finden. Deswegen. Heide ich mich jetzt erstmal nicht mit einem Medikit. Ja, da vorne liegt zum Beispiel irgendwas. Ich glaube, das ist Munition. Alter. Ich habe gerade diesen Baum für einen Gegner gehalten. Oh shit. Oh shit. Ich habe jetzt viel Person-Munition. Die bringen mir eigentlich leider nicht viel. Oh, von hinten können die nicht kommen. Ah doch. Hinter dem Haus lang, ne? Ach, Shorty-Munition, Alter. Ist nicht dein Ernst. Gut, bringt mir hier wahrscheinlich mehr als die Pistole. Von daher. Ist schon okay. Oh, da ist schon was. Keine Sorge. Und die hier hinten lang? Dann würde ich mit dem nicht einfach greifen. Weil der muss ja hier an mir vorbei. Nee, die kommen nicht hierher. Bleiben schön da vorne. Okay. Dann gucken wir mal erstmal, was da vorne geglänzt hat. Ich hoffe, die sehen mich hier nicht. Sollten sie aber eigentlich nicht. Munition, oder? Nee. Ach, Zucker, Alter. Dafür riske ich nicht meinen Arsch. Okay. Was seid ihr denn? Ich würde mit denen da fast ganz gerne einzeln weggreifen. Aber... Digi, der kann mich nicht gesehen haben. Was für... Was für... Ja, ich bin ein leichtes Ziel, wenn ich direkt auf Gegner zugerenne. Ich weiß. Und deswegen bin ich nicht direkt auf Gegner zugerannt. LOL. The actual fuck. Was war denn das gerade für ein Scherz, bitte? Der kann mich unmöglich gesehen haben. Ich war die ganze Zeit geschützt von irgendwas. Da, wo der oben rumsteht, theoretisch rumsteht, weil da steht ja keiner, kann der mich niemals gesehen haben. Der ist nämlich in dem Fenster, was jetzt da gerade direkt hinter der Wand ist. Das heißt, hier sieht er mich nicht. Wo sind die Gegner jetzt? So. Den gesamten Weg hier sieht er mich nicht. Und trotzdem wusste er plötzlich, dass ich in diesem Haus da bin. Ah ja. Seems pretty legit auf jeden Fall. Das ist sein Punkt. Den hat er natürlich gesehen. Da stand ich halt auch mitten auf der Bahn. Muss man ganz ehrlich zugeben. Da hat er mich natürlich gesehen. Aber es war es mir jetzt wert, den Mordstoff daraus zu kriegen. Der macht einen Arsch an Schaden, ne? Wie stehst du noch? Einer ist da noch. Aber ich werde euch was tun. Hm, hat sich wohl verpissed, der Kerl. Oder war das der? Nicht erschossen habe? Ne. Einer müsste noch da sein eigentlich. Hat sich schon immer anders überlegt. Hallo, geh doch hoch. Also, auch hier kann er mich jetzt erstmal nicht treffen, ja? So. Hier ist weiter an der Wand. Er kann mich weiter nicht treffen. Wie der schießt, Alter. Das Gewehr steht da gerade und der schießt hier einfach random irgendwo schieben direkt gerade. Alles klar, Mann. Okay, der kann jetzt nicht wissen, wo ich bin. Weil er mich die ganze Zeit nicht gesehen haben kann eigentlich. Ah, da ist er ja. Der letzte. Sag doch, da ist noch einer übrig. Ja, da ist er ja. Digga. Ey. Ey. Also. So schnell kann er mich nicht gesehen haben. Woher denn? Wie will er mich gesehen haben? Das ist ja so lächerlich. Was habt ihr hier zu tun? Schnappt sie, Young. Ich glaube, actually mit dem Molotow war nicht die beste Idee. Es hat, glaube ich, nur ein, zwei, also zwei Gegner bestenfalls getroffen. Ich glaube, klüger ist es tatsächlich, hier einfach mit der Schrot durchzugehen oder mit dem Scharfschussgewehr. Und an betracht dessen, dass die Jungs nicht mehr an mich rankommen wollen aus irgendeinem Grund. Bleiben schön im Gebiet, was der Scharfschütze abdeckt. Alter, wie? Ey. Du kannst mich aus diesem Winkel nicht treffen. Laber kein Bullshit. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Mann. Das ist so fucking unfair. Der kann mich aus dem Winkel nicht treffen. Und VTF? Was soll ich denn da machen? Ich habe ja basically überhaupt keinen Bewegungsfreiraum hier. Das ist eine lächerliche Scheiße. Woher wurde der Hinschießt, Alter? Der schießt in einem 90-Grad-Winkel. Der Wichser, Alter. Wer wollte der Hinschießt? Na auf. Nirgends. Ich bleibe genau hier, wo ich bin. Ich weiß, dass die da sind, aber... Ich kann da halt nicht hin, weil da der Scharfschütze ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich tun soll. Ich kann da Molotow rüberschmeißen, das wäre voll Verschwendung, weil das nur ein Gegner ist. Das ist kein Gegner. Oh, das ist ein Gegner. Okay. Well. Einer geht, das existiert noch. Ja, das wäre ein Kopf. Das ist der Holzstapel wahrscheinlich. Du Wichser. Wollte gerade sagen, wo mich der Scharfschütze aus diesem Winkel trifft. Da habe ich noch ein paar Fragen. Du bist tot, Arschloch! Schlechte Schüsse, muss man leider sagen. So. Keine Munition mehr. Aus dem Winkel kann mich der Scharfschütze hier niemals treffen. Dafür bin ich viel zu nah am Haus. Das heißt, ich gucke, ob die Jungs was dabei hatten. Haben sie aber nicht. Natürlich nicht. Okay, in dem Haus müsste der Scharfschütze drin sein, den hole ich mir gleich. Pfff. Der Wichser, Alter. Alter. Also, wie der schießt, das möchte ich ja schon mal wissen, ey. 90 Grad Winkel kreuz und quer durch die Luft. Wir hängen jetzt Club-Up hier falsch rum. Fuck. Okay. Gibt es hier vielleicht irgendwas zum heilen? Ansonsten muss ich jetzt doch gleich ein Medikit fressen. Mache ich jetzt nur ungerne. Aber ich befürchte, ich komme wahrscheinlich nicht drum rum. Der Scharfschütze schießt hier nur vorne raus, richtig? Das heißt, hier kann ich mich umsehen in Ruhe. Oder? Ja, kann ich. Boah, und sollte ich auch. Ho, ho, ja. Oh, fucking, ja. Okay, ist egal. Ich habe so viele Medikids gerade hergestellt, dass ich die auch einfach mal nutzen sollte. Dann stehen wir wieder gar nicht so schlecht da. Dann holen wir uns diesen Drecks Scharfschützen darunter. Das Einzige, was mir jetzt halt fehlt, ist Sniper-Munition gerade. Vielleicht habe ich die Lücken, die da oben hat, noch was für mich. Mit der Sniper kam man hier halt jetzt gerade wirklich gut durch. So. Na, ich glaube das ist Rotflinte. Wenn wir gleich ins Haus reingehen. Das wird ja gleich ein Häuserkampf. Also du Wichser. Jetzt gucken wir mal, wer der bessere Scharfschütze ist. Ich habe 8 Anährungswege gesnipert. Wie viele von meinen hast du getroffen? Nicht so viele. Ja, ich habe eine Kugel in der Schulter. Aber who cares? Was? So, der ist nach vorne raus. Das heißt, hier hinten kann ich erst mal kurz gucken. Okay. Dann holen wir uns jetzt den Wichser. Hä? Mach das Zimmer da weiter vorne? Oder was ziehst du aus dem Flur raus? Ne, von noch weiter oben. Von noch weiter oben. Wir haben aus dem Dachfenster geschossen. Ich bin nicht weit genug oben. Okay. Oh, ich hole dich du Schwein, Alter. Ich hole dich aber sowas von. Ja, da steht nur die Waffe. Da ist keiner mehr da. Wie schon die ganze Zeit. War ja klar. War ja fucking klar. Verreckt. Du Stück Scheiße. Okay. Oh fuck. Warum kommen die schon? Ähm. Oh. Tschüss. Tschüss. Wo? Oder oben? Tschüss. Heiß Schuss. Scheiß Schuss. Weg. Ach, das ist ein Beißer. Äh. Infizierte. Die da oben runter kommen. Weil der ist gerade glaube ich kopfüber da runter gefallen. Wer ist schon tot? Okay. Worauf schießen die denn? Oh. Oh. Das ist nicht infiziert, oder? Nee, auch nicht. Scheiße. Da muss jeder Schuss setzen. Weiß man. Da hinten war noch einer. Schön ins Knie. Was gut ist, man muss hier nicht auf Kopfschüsse schießen. Man nutzt hier mit dem Ding eh direkt aus. Das haben wir auch schon am eigenen Leib erfahren. Wie sch... Wo schießt du denn hin? Oh. Ähm. Wie werde ich denn los? Auf die Reifen? Nein. Hä? Hä? Was mache ich jetzt? Boah. Ich glaube gegen das Auto kann ich nichts machen. Und gegen die anderen Idioten. Scheiße. Scheiße. Ja. Schuss in deinen Arschloch. Damit bezahle ich. Okay, da hinten ist keiner. Oh, der lebt noch. Nee, der lebt noch. Überall auch nicht. Da war es auch einer. Der hat mich gesehen. Zack. Heller. Schiss, Mann. Schön die Schulter weggeballert. Da oben. Schön in den Kopf. Aber was mache ich mit dem Ding? Ich kann das doch nicht auch... Das war ein Fehler, Kollege. Komm raus. Oh, Scheiße. Er hat ein Mollschiff geworfen. Auf, zeig dich nochmal. Zeig dich nochmal. Komm schon. Und Tschüss, Mann. Guter Schuss. Guter, guter Schuss. Sehr, sehr gut. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Okay. Danke, Joel. Kein Ding. Was ist das jetzt auch? Okay. Geschafft. Na dann. Wir müssen weg. Okay. Sam! Oh, f... Oh, f... Henry! Scheiße! Sam. Alles okay? Ja. Mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Wo, 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 wo? Gehen wir? Nein! Ich schieße wie ein Anfänger, Alter! Menschen sind das leider wirklich leichter zu erschießen, weil sie sich berechenbarer bewegen. Die gehen in Deckung und bleiben da. Infizierte rennen einfach kreuz und quer durch. Auch durch den größten Beschuss. Soll man sie nicht trifft. Der hat echt viel Munition hier rumliegen offensichtlich. Shit, schlechter Schuss, schlechter Schuss. Entschuldigung, den Fuß. Ich weiß, irgendwas will der mit L3 von mir, aber ich hab jetzt nicht fest zu gucken gerade. Äh, okay, kann ich diemals wieder treffen. Aber nimm die Munition von dem Kollegen mit. Oh, scheiße. Ja, mir geht's gut. Ja, bitte. Äh, hi. Oh, das ist ja praktisch. Wundervoll. Ich muss erstmal so'n Ding finden. Recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, nein, Ellie, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst. Das ist echt einmalig. Ach ja. Woher weißt du das eigentlich? Genau. Ich hab davon geträumt. Ich glaub nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Glaub ich auch nicht. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Ja. Tja. Was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Pff. Was machst du? Dosenstabeln. Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen-Pirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Tja, baust du denn Scheiße? Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Sie ist nett. Weil sie hat es schon besser gemacht, würde ich behaupten. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, ähm. Dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Äh. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. In dieser Welt hast du die Angst vor Skorpionen, Alter. Allein zu sein? Stark. Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Gut, vor Bissen musst du ja auch keine Angst haben, ne? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Ich habe Angst, dass mir das passiert. Eher nicht. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens... Sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie... ...gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Tod halt, ja. Glaubst du das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich mein... Weiß ja keiner. Ja. Ich würd's gern glauben. Du tust es aber nicht. Hm... Nicht wirklich. Ja. Ich auch nicht. Oh. Jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Pff. Pff. Ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Pff. 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 Untertitelung des ZDF, 2020